Der Reh hier taucht wirklich nur um. Der hat schon, der will nicht mehr. Ja, dann kann man schon wieder alles durch, oder was? Sorry, ich habe mittlerweile so viele Einheiten, dass ich das wirklich mal ein bisschen kontrollieren muss. Ob ich wirklich alles gemacht und getan habe, was so relativ möglich ist. Du bleibst da auch stehen, du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr und du hast auch schon... Guck mal, er kann schießen. Oder, er kann hier die Stadt einfach Person einzunehmen. Zehn. Er könnte es sogar schaffen, zu gewinnen. Sonny, glätt er immer nicht rüber. Hey. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Und von Monitors stellen ist auch immer so eine tolle Sache. Ja, Mäuschen. Wisst du nicht, wo hin mit dir, oder? Endlich sehen wir. Mal hier rum, mal da rum, mal schießen. Hahaha. Mach, schau, mach schau. Halalalalalala. Aber der hat auch viel zu grün. Jetzt ist niemals schön. So. Das macht irgendwie nötig. Die Mäuschen. Aber das ist auch ein paar Zauberzahlen. Mieter! 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 Ja, schieb meine Maus durch die Gegend. Das ist sehr schön. Also, ich sagte doch, sie will mitspielen. Aber sonst, wenn es jetzt gerade gar nicht mehr geht, müssen wir das hier erstmal kurz unterbrechen. So. Sonny! Nun den Haaren. Ein Stück weiter. Ja, vor dem Monitor ist das immer soo böse. So. Mann, 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 Mann. Die kleine Maus. So, halt mal. Äh, ja, das könnte durch äußere Schrauben gehen. 10 zu 1. Ja, das ist so schön. Ja, ein Stellungswechsel. Wie ist die? Der Brick. Das ist so. Eieiei, der hat noch 8 Punkte. Ich hab noch 13. Was denn? Also, das wird eng. Das ist schon mal definitiv. Ey, ich schmeißt doch nicht alles vom Tisch, Mäuschen. Und vielleicht noch. Nein, nicht die Kamera. Nein, 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 nein. Auf jeden Fall. Wow. Die man Tisch aufräumen muss, ne? Und so was. Wala. Ist hoch. Wala. Ist hoch. Toll, denn das Spätzchen. Die Feuerzeuge und so, ne? Also, über den Glock weg. Da mit. Boah. Das ist sehr schön. Ey. Nicht. Boah. Jetzt puttert sie meine Kopfhörer auf. Boah. Mäuschen. Was soll denn das? Boah. Total aber. Oh, total aber. Nein. Lass meine Kopfhörer rein hoch. Nee. Keiner mit. Ahh. Die hast du aber gekrallt, hm? Ja, jetzt wird sie meine Kopfhörer auf. Nee, 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 nee. Haben wir doch gar nicht gesettet, Mäuschen. Ha. Eine Reichweite und so. Alles geschehen. Hohohohohohoho. Ja. Aber eine Reichweite. So, jetzt kann ich den Pflanzangang nicht mal vorfahren. Gut. Ja, setzt sich vor mich. Ist schön. Schicki. Pack mal durch die Pflanzangangstück weg. Dann schick ich weg. Wunder Wärchen. Ja, er hätte leider nicht draufschießen können. Aber was er machen könnte, wäre vielleicht hier drüben, weil ich ein Stückchen zu gern meine Hand bei sie machen. Ja, aber das wird langsam hier interessant, was du hier veranstaltet. Kann das sein. So, nun das Angebot. Ja, aber guck, ob man drauf geht oder wieder wegrennt. Ja, ja, ich weiß Bescheid. Eistatomeißer. Wollt's ja nur... ...bewusst haben. So. Und das ist jetzt dann immer noch mal. 19 zu... 54. Also eigentlich nicht. So, machen wir hier nur ein Weile. Achso, er kann noch nicht mal mehr. Gut, dann würde ich sagen... Oh, 140. Meine Güte. Päuschen. Sag mal, du musst doch was zu tun. Wie langweilig. Puh. Ja, den Kindern und Katzen langweilig wird. Hahaha. Aber dann setzt sie sich vor den Monitor oder so. Ich weiß es nicht. 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 Ah, jetzt guckt sie dir das ganze Zimmer an. Hier. Und will auf meinen Tickstern Festplatten rumhüpfen. Das finde ich da nicht so prickelt. Aber... Hier. WENIGENS KAUF! WENIGENS KAUF! WENIGENS KAUF! WENIGENS KAUF! Ich denk du hast da so ein Problem mit. Ja, ja. Hin und wieder schon. Aber nicht immer. Ja, genau. Das muss man nämlich auch tun. Auf die Attennerie drauf gehen. Sonst verschwindet sie einfach nicht. So. Jetzt haben wir ein Problem. Wien wir hier nicht so, weil wir hier links rein oder rechts reinmarschieren können. We are coming. So. Und jetzt kommen wir nämlich hier auch noch mal. Toll. Toll. So ist das natürlich gut. Ich hab's Gefühl, die reparieren sie auch schnell auf sowas. Also manchmal, da könnte ich so richtig... Mhhhhh, Ja. Der vierte Cent überhaupt nicht richtig. naja geil oder ich mach einfach eine Ablenkung aber den hier kriegen wir weg den kriegen wir jetzt nicht die Zwecke mehr an da hätten wir nämlich mal wieder ein weniger so dann produzieren wir noch ein paar Manickel gucken was die Artillerie so hinkriegt nichts aber wenn er uns jetzt demnächst begleiten will jetzt könnte ich was schönes tun und zwar ihn hier mal in den Wald stellen ah guck mal der ist in Reichweite oben Wunderwärtschen und zwar wenn sie ihn hier jetzt angreifen wollen dann müssen sie ja hier in die Felder rein ich sollte die Hand wegnehmen ja diese ganzen Namen an sich ist schon eine Sache an sich ja toll der kann ja auch ja der kann sich mal reparieren nein trödele so dann schauen wir mal um die Front an die sieht gar nicht gut aus äh ja hast du wein gemacht ja hast du wein gemacht das ist toll oder ich das ist toll der lege Haben wir schon wieder alle Optionen genutzt, ist ja ein Wahnsinn, ist das ja. Ja, dann würde ich sagen, auf geht's zu Runde 41. Meine Güte. Oh, der muss doch hier mal hier irgendwie entscheidend rummachen. Ja, er macht den Scheiß rum erst mal. Aber wenn es weitergeht, der hat ein Konzergebot. Mami. Der hat den nicht so angegriffen. Das war ein ganzes. Aber egal, der hat ein Panzer. Mami, der wird hier richtig böse. Ja, ich würde sagen, er kann auch fallen. Ich kann ihn auch verlieren. Ich sehe es ja auch nicht, dass man nur gewinnen könnte. Nein, meine Freunde. Wir können ihn auch verlieren. Ich wusste auch, dass er auf die Artillerie losgeht. Ich wusste es. Oh, jetzt, jetzt hängt er aber hier an. Jetzt hängt er an, böse zu werden. Wie sagt Team Rocket immer, das war ein Schuss in den Ofen. Ich wollte ihn wirklich 망usen. In der� friedlichen K avoir ein Schuss! Ich weiß es nicht, ob ich bin immer vielleicht noch ausgeht. Ich bin ein Schuss in den Ofen gesehen, was für auch her verbindlich ist.